Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 65 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Tolkiens gesamte Welt, um die Kontinente von Arda und wie sie sich mit der Zeit veränderten. Mittelerde stellt dabei auf Tolkiens Welt nur einen der Kontinente dar und diese gesamte Welt trägt den Namen Arda. Und tatsächlich machte Arda über den Verlauf der Zeitalter große Veränderungen durch. Der Beginn dieser Welt lag lange vor dem ersten Zeitalter und Arda wurde durch die Musik der Ainur und den Willen von Eru Iluvata, dem höchsten Gott, erschaffen. Diese erste Form der Welt, die in einer Zeit bestand, die der Frühling von Arda genannt wurde, hatte noch recht wenig mit der uns bekannten Form von Arda oder Mittelerde zu tun. In dieser ersten Version war die gesamte Welt eine flache Scheibe und bestand aus einem einzigen großen Kontinent, der von Ekaya, der umringenden See, umschlossen wurde. Im Zentrum dieser großen Landmasse lag ein großer See und in diesem wiederum die Insel Almaren, die die Heimat der Valar war, während sie sich um die Welt kümmerten und diese auf das Kommen der Kinder von Iluvata, den Elben und den Menschen vorbereiteten. Im Norden dieses ersten Kontinents lagen die Eisenberge, die ohne Unterbrechung von Küste zu Küste reichten und den Norden umringten. Diese waren von Morgoth aufgetürmt worden. Sonne und Mond gab es in dieser Zeit noch nicht und stattdessen wurde Arda durch zwei große Lampen erhellt, Iluin im Norden und Ormal im Süden. Diese Form verlor Arda schließlich durch Melkor. Er griff die Werke der Valar an und zerstörte die beiden großen Lampen und durch den Kampf und den Fall der gewaltigen Säulen wurde die Symmetrie von Arda zerstört. Die große Landmasse zerbrach und neue Meere und Länder entstanden. Im Westen von Arda lag nun Aman, im Zentrum der Welt Mittelerde und im Osten ein Land, das später als das Land der Sonne bekannt werden würde. Zwischen Mittelerde und Aman lag nun das Meer Beleger und zwischen Mittelerde und dem Land der Sonne das Ostmeer. Und in Mittelerde selbst waren das Meer von Helkar im Norden und das Meer von Ringil im Süden entstanden. Nach wie vor war die Welt aber flach und wurde immer noch durch Ekaia umringt, das nun auch als das äußere Meer bekannt wurde. Noch immer wurde auch der Norden von den Eisenbergen durchzogen. Diese gaben auch Melkors großer Festung Schutz. Die Valar zogen sich nach diesem Angriff von Melkor auch nach Aman zurück. So wurde der westlichste Kontinent von Arda, Aman, zur Heimat der Valar und als die unsterblichen Lande bekannt. Aman sollte auch der einzige Kontinent von Arda sein, der von hier an keine Veränderungen mehr in seiner Struktur erfahren sollte, wenn auch in seiner Lage. Von Norden nach Süden ziehen sich auf Aman die Berge Pelori, zu denen auch der Taniquetil gehört, der der höchste Berg von ganz Arda ist. Dieser wurde auch zum Sitz von Manwe, dem Anführer der Valar. Hinter den Pelori lag dann das Land Valinor. Dort erschuf Jwana die beiden Bäume Telperion und Laurelin, die Aman mit Licht erfüllten. Die Küste von Aman wurde Eldamar genannt und vor dem Festland lag die große Insel Tol Eressea. Ebenfalls im Meer vor Aman fanden sich die verzauberten Inseln und die Schattensee, wo sich jene Seefahrer verirrten, die nicht nach Aman gelangen sollten. Der Süden von Aman war auch als Avatar bekannt, was die Schatten bedeutet, denn dorthin reichte das Licht der Bäume von Aman nicht mehr. Auf Aman lagen dann auch noch die bedeutenden Städte Al-Qualonde, Formenos und natürlich Tyrion, die von den Elben später dort erbaut wurden. Mittelerde und die anderen Länder von Arda lagen indes im Dunkeln und wurden nur vom Licht der Sterne erhellt. Und zu Beginn des Ersten Zeitalters, als die Elben erwachten, hatten sich die Länder noch weiter verschoben. Ein Teil der zentralen Landmasse war, während sich die Wale nach Aman zurückgezogen hatten, weiter nach Süden gedriftet und das östliche Meer hatte sich weiter ausgebreitet. So waren die dunklen Lande entstanden, während sich auch die nördlichen und südlichen Länder gewandelt hatten. Für die weitere Geschichte von Mittelerde sollte dabei besonders Beleriand von Bedeutung sein. Dieser Teil von Mittelerde lag im Nordwesten des Kontinents und sollte der Schauplatz für die großen Ereignisse des Ersten Zeitalters und des Kriegs gegen Morgoth werden. Im Norden waren Beleriand und Aman auch noch durch die Helkaraxe, eine lange Eisbrücke, miteinander verbunden. Das Meer von Riegel war bei dieser Veränderung verschwunden, während das Meer von Helkar weiter in den Mittelerde bestand. An der östlichen Küste von Helkar befand sich auch Kuivenen, der Ort, an dem die ersten Elben erwachten. Und noch weiter im Osten war das Land Hildorien, wo später nach den Elben die ersten Menschen erwachen sollten. Über die östlichen Gebiete von Mittelerde, ebenso wie über den Süden, ist sie noch nicht viel bekannt, da der Fokus des Ersten Zeitalters auf Beleriand lag. Es war vor allem dieses Land, das von den Elben bewohnt wurde, die nicht nach Aman gezogen waren, und von den Noldor, die aus Aman wieder ausgezogen waren, um gegen Morgoth zu kämpfen. Später im Ersten Zeitalter kamen auch die Menschen hinzu, die von Osten her über die Eretluin die blauen Berge einwanderten. Diese Berge stellen auch die geografische Grenze von Beleriand dar. Die Eretluin waren auch der Wohnsitz der meisten Zwerge zu dieser Zeit. Aufgeteilt war Beleriand grob in West- und Ost-Beleriand. Im Detail allerdings noch in viele weitere Ländereien der Elben, wie etwa Osiriant, Doriath oder Hithlum. Einige der bedeutendsten Orte dieser Zeit und von Beleriand allgemein waren die Städte Gondolin, Menegroth und Nagothrond. Nördlich von Beleriand erstreckten sich nach wie vor die Eisenberge, vor denen sich nun auch durch Morgoths Werk die Thangorodrim auftürmen. Dort lag zu dieser Zeit auch die große Festung des Dunklen Fürsten. Und jenseits der Berge erstreckten sich nur noch Eis und Schnee. Die beiden größten Flüsse von Beleriand waren dann der Gelion im Osten in Osiriant und der Sirion im Herzen des Landes. Der Sirion führte dabei auch zur Bucht von Balar, wo sich der letzte Widerstand der Elben gegen Morgoth am Ende des Ersten Zeitalters sammelte, bevor sie Hilfe aus Aman erhielten. Mit dem Eintreffen der Truppen aus Aman begann dann auch der Krieg des Zorns. Und dieser veränderte das Aussehen der Welt erneut. Durch die Gewalt dieses Kampfes versank Beleriand dem Meer. Mittelerde verlor damit einen bedeutenden Teil seiner Landmasse, aber auch die südlichen Lande wurden kleiner. Damit erlangten die Kontinente von Arda auch ihre endgültige Form. Aber es war auch noch eine neue Landmasse hinzugekommen, die Insel Numenor. Diese war von den Wala aus dem Meer gehoben worden, als neues Land der Eldeien, die damit näher an Aman leben konnten. Mit dem Untergang von Beleriand wurde auch die Helcaraxe zerstört und es gab keine Verbindung mehr zwischen Mittelerde und Aman. Die südlichen Lande wurden in den folgenden Jahren des 2. und 3. Zeitalters als Nah- und Fernharad bekannt. Die Reste der blauen Berge, die einst die östliche Grenze von Beleriand bildeten, standen nun an der Westküste von Mittelerde und das Land dort wird Lindon genannt. Dort liegen auch die grauen Anfurten, Mithlond genannt, von wo aus viele Elben später nach Aman aufbrachen. Nach Westen hin folgt auf die blauen Berge das Gebiet Eriador. Dort entstand im 3. Zeitalter das Königreich Arnor, das später durch den Hexenkönig vernichtet wurde. Auch das Auenland befindet sich in Eriador. Zerteilt wird der Westen von Mittelerde dann von Norden nach Süden durch die Nebelberge, auf die das Gebiet Rovagnon folgt, das vom Düsterwald dominiert wird. Im Norden von Rovagnon befindet sich dann auch der einsame Berg und die Stadt Tal. Und es fließt ebenfalls von Norden her der große Fluss Anduin. Dieser fließt an Rohan vorbei und im Süden durch Gondor. Das Königreich Gondor wird dabei von den Weißen Bergen auf der einen Seite und vom Meer auf der anderen umringt. Weiter östlich von Gondor folgt dann das Reich von Sauron, Mordor, das von den Aschenbergen, den Eret Lithui, auf drei Seiten umgeben wird. Einige weitere bedeutende Orte in Mittelerde, die vor allem im 3. Zeitalter auch von Bedeutung waren, sind dann Bruchtal, Isengard, Moria, Lothlorien, Helmsklam, Minas Tirith und Osgiliath, Minas Morgul und der Pass von Kirith Ungol und das Schwarze Tor. In Richtung Süden folgt dann Naharath und noch weiter im Süden Fernharath. In Naharath liegt auch die Hafenstadt Umbar, von wo die gefürchteten Piraten von Umbar stammen. Angrenzend an Naharath und südöstlich von Mordor liegt zudem noch das Land Kand, über das aber kaum etwas bekannt ist. Nach Osten zieht sich Mittelerde nun noch weiter hin und wir kommen in diese Richtung in das Land Run, wo vom Meer von Helkar nur noch das Meer von Run übrig geblieben ist. Seit dem ersten Zeitalter stehen dort auch noch die Orokarni, die Berge des Ostens. Im hohen Norden von Mittelerde liegt dann noch Forodwaith, die endlose Einöde aus Eis und Schnee, wobei sich aber in der Eisbucht von Forochel an der Westküste selbst dort einige Menschen, die als die Schneemenschen bekannt sind, niedergelassen haben. Die alten Eisenberge aus Morgavs Zeit wurden während des Krieg des Zorns zwar ebenfalls zerstört, doch im Norden von Mittelerde an der Grenze zu Forodwaith finden sich noch immer die Reste dieser großen Berge. So zum Beispiel die ebenfalls Eisenberge genannten Berge, wo sich nun Zwerge niedergelassen haben. Allgemein wurden die nordwestlichen Länder von Mittelerde weiterhin von Zwergen, Menschen und Elben bewohnt, während der Osten von Mittelerde sowie Harad scheinbar nur von Menschen besiedelt waren. Ob es Bewohner in den dunklen Landen oder auf dem östlichen Kontinent gab, ist nicht bekannt. Und diese Kontinente waren vermutlich unbewohnt. Dieses Aussehen behielten die Kontinente von Arda für den Rest der folgenden Jahre des 2. und 3. Zeitalters und darüber hinaus bei. Nicht aber ihre Lage. Denn beinahe bis zum Ende des 2. Zeitalters war Arda weiterhin eine Scheibe. Dies sollte sich nun aber ändern. Durch Saurons List kam es zum Untergang von Númenor durch Eru Ilovata selbst. Und da König Ar-Pharason versucht hatte, in Aman einzufallen, legte Eru auch hier Hand an. Der Schöpfer der Welt zerstörte nicht nur Númenor und ließ es im Meer versinken, sondern entfernte auch Aman von der Welt. Die unsterblichen Lande wurden entrückt und die Welt von Eru von einer Scheibe zur Kugel geformt. Die östlichen Lande, die das Gegenstück zu Aman bildeten, wurden dabei von Eru ebenfalls entfernt. Während Aman aber als Land dabei intakt blieb und mit der Erlaubnis der Wala doch immer erreicht werden konnte, ist das Schicksal der östlichen Lande völlig unbekannt. Um Aman nun aber zu erreichen, genügte es nicht einfach nur mehr, mit einem Schiff nach Westen zu segeln. Tut man einfach nur dies, so würde man die Welt ganz gewöhnlich umrunden, so wie es die Seefahrer von Gondor auch taten. Mit dem Segen der Wala allerdings kann man die Welt am Horizont verlassen und nach Aman in gerader Linie weiter segeln, anstatt der Krümmung der Welt folgen zu müssen. Ebenfalls unbekannt ist, wie viel der dunklen Lande dabei entfernt wurden oder noch auf Arda verweilen. Mittelerde und Harad aber blieben durch diesen Prozess völlig intakt. Somit ist die Welt von Tolkien, Arda, im dritten Zeitalter, zur Zeit von der Hobbit und der Herr der Ringe, eine Kugel und keine Scheibe mehr und setzt sich aus drei Kontinenten zusammen. Mittelerde, Harad und die dunklen Lande. Wobei wir aber über die dunklen Lande praktisch nichts wissen und auch über Harad nur wenig bekannt ist. Während wir aber mit Tolkiens Werken die Chance haben, Mittelerde ganz genau zu erkunden. Und dazu zählt mit den Geschichten des ersten Zeitalters auch Beleriand, Mittelerdes untergegangener Teil. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage danke meinen Patreons und tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei Mittelerde Lore. und bis zum nächsten Mal bei Mittelerde Lore.